Hey Nico, würfel mal auf Cold Opener. Okay. 15. Ist okay, ne? Ja. Ich glaube, es ist eine 18. Ich kann es richtig schlecht im Licht sehen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Platonic Podcast. Mit mir am Tisch habe ich hier den lieben Simon. Hallo. Hallo. Simon kennt ihr wahrscheinlich aus Abenteuern wie Blue Jazz Night oder Hellbound vor der Kamera. Aber er hat auch bei Children of the Archive und auch bei Agent of Agent mitgeschrieben. Und war da mein Co-Autor, kann man so sagen. Genau. Und hier mir gegenüber sitzt der liebe Nico. Ja, die Brain des Kanals. Ein Brain. Ein Brain des Kanals. Aber alles geschrieben eigentlich. Alles gemastert. Was noch? Ja, ein paar Intros gemacht. Und auch natürlich so ein bisschen für die technische Umsetzung mitverantwortlich gewesen. Aber ja, sonst die alle Regelwerke aus der How to be Hero geschrieben. Und ja. Und warum genau hast du mich jetzt hier hin verschleppt? Ja, ich wollte mit dir so ein bisschen drüber reden. Erst mal natürlich, wie es so war vor der Kamera zu sein. Aber natürlich auch so in den Schreibprozessor reinzuschauen, den wir auch schon zusammen hatten. Deswegen würde ich aber vielleicht erst mal so kurz anfangen, wie das so war. Das war ja bei Blue Jace dann dein erstes Mal vor der Kamera. Also auch so generell überhaupt. Wie war das so? Ja, also ich arbeite, wir arbeiten ja auch zusammen. Und Kameras sind mir ja nicht fremd, weil wir zusammen in einer Produktionsfirma arbeiten. Tatsächlich war dann aber das erste Mal wirklich vor der Kamera sitzen doch genauso schlimm, wie man sich das vorstellt. Nee, also die erste Stunde war ich wirklich sau nervös, obwohl ich mich im ganzen Kontext wohl gefühlt habe, hier bei uns im Büro, mit Leuten, die ich mag und alles. Aber das macht halt irgendwie trotzdem nicht wett, dass man weiß, dass man irgendwie performen muss, also dann doch irgendwie insgesamt in einer Ausnahmesituation ist. Ja, genau. Also am Anfang war es sehr stressig deswegen, aber dann mit der Zeit ruft man sich rein. Dann haben wir uns auch so in der Gruppe so ein bisschen gefunden und ja, halt wirklich so in unsere Rollen reingefunden und konnten die dann immer mehr ausspielen. Also ich und ich konnte dann meine Rolle auch immer mehr ausspielen. Und ja, so mit der zweiten Runde merkt man, glaube ich, auch, dass mein Redeanteil langsam größer wird. Und genau, und dann vergisst man dann auch langsam, aber sicher, dass man vor der Kamera sitzt. Es war nicht dein erstes, also nee, es war, wie viel Pen & Paper hast du davor so gespielt? Ähm, also schon ein paar. Ich könnte hier keine Zahl jetzt nennen. Genau, also ich habe jetzt im letzten Jahr so richtig viele gespielt. Davor war es so eine Handvoll. Mhm. Ähm, aber ... Also das heißt, du warst auch jetzt nicht kein Veteran, der sofort in eine Rolle schlüpfen kann, auch wenn, also selbst wenn keine Kamera da ist. Nee, nee, nee. Das heißt, das war auch so eine kleine Schwierigkeit. Nee, genau. Also, ja, und ich würde auch sagen, das ist auch nach wie vor der Punkt, der mir so am allerschwersten fällt, das wirklich so eine Rolle mal einzunehmen. Man merkt immer wieder, dass so ein bisschen doch der Simon durchkommt, der irgendwie gewitzt Dinge ändern will. Das hat man dann so ein bisschen gemerkt, das hast du ja auch gesagt bei deinem Charakter in Hellbound, und, ähm, Dietrich Manfred. Ja. Wo der ja eigentlich so ein Regel, so auf Regeln beruhen sollte, und dann aber doch, Simon wollte halt die Regeln austricksen. Ja, da gab es einen schönen Moment, da hast du mich ja dann tatsächlich auch mal, hast du mich bestraft dafür, dass ich nicht in Charakter war, was ich sehr gut fand. Was mir, äh, lustigerweise in dem Moment sau unangenehm war. Aber was meinst du bestraft? Ich weiß grad, glaub ich, nicht, was du meinst. Es gab, ähm, es gab eine Situation, ähm, doch, genau. Als wir, ähm, bei dieser langen Reihe Schalter sind und uns, ähm, Genehmigungen abholen müssen, und ich dann, äh, ich glaub, ich bin in dem Moment als Einziger vor diesem verpeilten jungen Vertreter, ähm, und der gibt mir dann aus Versehen ... Ah, was Falsches und du hast es ausgenutzt. Und ich hab's komplett ausgenutzt, äh, wie ich das auch in Real tun würde. Ähm, ähm, ne, genau. Dietrich Manfred hätte das aber in jedem Fall nicht getan. Dietrich Manfred hätte diesen Zettel zurückgegeben. Und ich glaub, ich hab so ne halbe Sekunde drüber nachgedacht. So, fuck, ich brauche, ich möchte diese Info so sehr haben. Ähm, und, äh, hab mir dann den Zettel schnell geklaut. Und ich glaube, du hast mich dann ... Ich glaub, ich hab das irgendwie geistige Gesundheit oder sowas verloren. Du hast irgendwie so eine kleine Panikattacke bekommen, weil du was Illegales gemacht hast. Genau, genau. Ja, ja, das, ähm ... Also, ich will eigentlich immer ungern Leute bestrafen beim Spielen. Also, wenn die irgendwas nicht so machen, wie ich das will. Ich will nur Leute immer so in die Richtung drücken, so, hey, spiel deinen Charakter so extrem, wie's geht. Weil das ist immer am geilsten. Also, geh irgendwie in die eine Richtung und folg der Richtung. Äh, und dann, ja, versuch ich halt so was in die einzubahnen. Ich glaube, ich bin tatsächlich so ein bisschen Fan davon, wenn auch der Spielleiter mich so ein bisschen polist, äh, in meinen Handlungen. Weil, ähm, ja, irgendwie vergisst man doch manchmal ... Also, vergisst man sich beziehungsweise seinen Charakter so ein bisschen in dem, was man so tut. Deswegen, ich find das eigentlich cool. Wie gesagt, äh, aus irgendeinem Grund bin ich dann in genau diesem Moment mir so sehr krass meiner Performance dann wieder vor der Kamera bewusst geworden. Und das war mir sau unangenehm. Aber ich fand's trotzdem cool, dass du's gemacht hast. Kein mit dazu. Ja. Ja, ich, äh, hab das Gefühl ... Also, ich mach das immer vor allem bei den Leuten, die halt eben nicht so krass viel Rollenspielerfahrung haben. Ähm, das ist ja dann auch noch mal irgendwie unterschiedlich zu sehen. Hab ich Erfahrung mit Pen & Paper. Weil Pen & Paper ist ja auch für alle Leute unterschiedlich. Das gibt's nicht richtig und falsch. Und es heißt jetzt nicht, dass du musst deine Rolle spielen und dann spielst du richtig Pen & Paper. Aber ich mach das halt gerne. Und wenn's halt Leute gewohnt sind, eher nur Rätsel zu lösen oder zu kämpfen und gar nicht so sein, in die Rolle zu schlüpfen, und dann versuch ich das noch so ein bisschen rauszukitzeln. Ja, find ich ... Das ist auch so ein Maximum. Find ich total cool. Also, ähm, gerade wo ja auch du in, äh, ja, in deinem ... Auf deinem YouTube-Kanal immer Leute dabei hast, die, äh, ja, teilweise Veteranen sind, aber auch teilweise ein bisschen frischer. Ich find das cool, dass das so ein bisschen so ein Pen & Paper-didaktischen, ne, andererseits hat. Äh, nee, das macht, das macht Bock. Ähm, find ich, find ich genau richtig. Wie war denn für dich so das, äh, letzte, das letzte Jahr, äh, Ja. Die, die, die ganzen Abenteuer zu meistern? Ja, also, ich sag mal so, ähm, ganz schön viel Stress. Aber wahrscheinlich so der beste Stress meines Lebens, weil das so schon mein Lebenstraum ist. Ähm, es ... Ich komm immer so ein bisschen in Verzug, wenn ich so denke, ja, ich hab jetzt eine Idee für das nächste Abenteuer, dann frag ich die Leute an, also erst den Cast und dann die Crew und dann haben wir einen Termin und dann wissen wir, okay, irgendwie in drei, vier Monaten drehen wir das. Und dann denkst du, ja, ich hab ja die grobe Idee, alles klar, das passt. Und dann so zwei Monate später, ah, vielleicht sollte ich jetzt mal anfangen, die Idee auch zu einem Abenteuer zu machen und dann fang ich so an zu schreiben. Und dann so eine Woche vorher ist so, alles klar, ich hab jetzt fünf Seiten, ich sollte da vielleicht mal so zehn draus machen, dass ich auch ein bisschen mehr Sachen vorbereitet bin. Das war ja auch tatsächlich bei Blue Jazz, wo du zum ersten Mal da warst, kann man jetzt mal so sagen. Ähm, das sollte eigentlich viel früher erscheinen und auch viel früher gedreht werden, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Ähm, ursprünglich sollte das schon im Dezember gedreht werden und dann im, ich glaub, Anfang Februar oder so released werden. Und jetzt wurde es ja im Februar gedreht und dann im März released, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und das lag daran, dass ich zwei Wochen oder so oder eine Woche vor Blue Jazz Night gemerkt habe, das funktioniert alles nicht so ganz so. Ich hab mir ein super komplexes, komplexen Fall überlegt, wo irgendwie, ah, die Person ist wichtig dafür, aber die ist mit der in der Beziehung und da gibt's einen Zettel, der irgendwas mit der, mit der, ähm... Es gab viele Intrig, ineinander verwobene Charaktere und auch Beziehungen und auch Dinge, die man finden konnte. Und das hat nicht so ganz funktioniert, als ich mir diesen Fall so durchgelesen habe. Ähm, war auch, glaub ich, so im Nachhinein das Abenteuer, was am wenigsten funktioniert hat, wie ich's mir vorgestellt hab, weil's aber natürlich auch die krasseste, also die krasseste Vorstellung hatte bei mir. Ich hab dadurch so auf jeden Fall sehr krass gelernt, dass man so ein bisschen loslassen sollte von einem sehr krass gerailroadten oder zumindest so einer sehr krassen Vorstellung, wie am Ende das aufgelöst werden soll. Weil ich hatte so diesen Fall und ich dachte so, okay, und die alle lösen den Fall wie so Detectives. Hab mir aber weder überlegt, warum sollten sie das tun? Warum sollte der Musikproduzent und die Kellnerin und die Musiklehrerin und Musiker einen Fall lösen, wie eine irgendeine Frau von irgendeinem Musikproduzenten gestorben ist? Ähm... Und dadurch natürlich auch, also das war die erste Schwierigkeit und dadurch dann die nächste Schwierigkeit, warum sollten alle mit denen reden? Also warum sollten die denen die Fragen beantworten? Das war schon so, als das Abenteuer angefangen hat, hab ich dann so gemerkt, oh, das wird noch schwierig, die da hinzudrängen. Und dann auf der anderen Seite war der Fall halt einfach viel zu komplex. Also ihr seid ja dann auch nicht drauf gekommen, Spoiler. Weil, wie? Also, ja. Ja, das war tatsächlich wild. Das war deswegen auch relativ wild zu spielen. Ähm... Weil man irgendwie gemerkt hat, man kann nicht nur so den, die Intention seines Charakters irgendwie folgen. Und gleichzeitig hat das aber doch sehr viel Spaß auch gemacht, weil die Charaktere doch auch irgendwie alle sehr facettenreich waren. Ja, also ich hab total genossen, eure Charaktere zu sehen, weil die auch wirklich ein bisschen chaotisch waren. Alter, Larry war ein absoluter Gott. Ja, aber nichtsdestotrotz war halt das Abenteuer und die Geschichte dadurch so ein bisschen so, ah, was hab ich hier gemacht? Das funktioniert irgendwie vorne und hinten nicht. Ja. Dann hab ich mir dich ja auch zur Rate gezogen bei zwei später. Ja, bei Chill of the Archive, ja. Aber willst du vielleicht mal, also du hast ja jetzt schon grob erzählen, wie das bei dir so abläuft. Wie, wie, also, wie kommst du denn überhaupt dann auf so eine erste Idee und so? Also... Ja, das ist eine gute Frage. Also, das hängt immer von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Normalerweise hab ich immer so eine Grundidee. Bei Hellbound war es, war die Grundidee Bürokratie in der Hölle. Ich dachte mir so, ah, wie witzig wär's, wenn die Hölle eine Bürokratie ist. Bei Blue Jays war es, ich hätt voll Bock auf ein Kammerspiel, was so Detective-mäßig ist. Bei, ähm, Children of the Archive fand ich nur die Idee, Spiele sind alle Roboter und bekommen Bewusstsein. Das ist immer so der Pitch, den ich so habe quasi als Idee. Äh, beim Talakost hatte ich sogar tatsächlich nur die Idee, ähm, mehr Menschen unter Wasser. So, ich hatte, ich hatte keinen, keinen Twist. Ich wusste nicht, ob es Magie geben soll, ich wusste gar nichts. Aber das war so die Idee. Ähm, und wenn ich so die Idee habe, dann schreibe ich die meistens so in ein Word-Dokument, wo dann nur dieser eine Satz drinsteht. Und der steht dann meistens so für ein paar Monate. Und dann irgendwann, wenn ich eine Idee habe, die das weiterführt, wo ich so denke, ah, und so wird ein Abenteuer draus. Dann frage ich die Leute an. Weil dann überlege ich mir auch so, okay, mit wem würde es Spaß machen, das zu spielen? Wen kann ich mir da cool vorstellen? Ähm, das war jetzt bei, bei, bei Talakost irgendwie war das für mich so klar. So, dass da Johanna und Cordula mitspielen. Und das war so, ja, die können irgendwie da geil diese, so eine krasse Dynamik zwischen diesen beiden Völkern, also diese Idee hatte, darstellen. Und brauchte dann irgendwie so Gegenpole gegen diese sehr aufbrausenden, hab ich mir dann überlegt, ah, okay, wie hol ich dann den anderen Cast dazu? Ja, etwas ruhigere, die nicht so, nicht so krass nach vorne preschen mit ihrem Rollenspiel. Dann war dann das Philipp und Bela in dem Fall. Und so setzen sich auch meistens meine Cast zusammen, um da mal so den Einblick zu geben. Ich versuche immer so einen Misch zu haben aus, ganz blöd gesagt, extrovertiert und introvertiert. Also so welche, die so sehr aus sich rausgehen und irgendwie auch so mal was in die Hand nehmen. Und welche, die so ein bisschen die Ruhe reinbringen, sodass nicht die ganze Zeit alle so durcheinander schreien und alle wollen irgendwas. Und alle, ja, ich mach jetzt das und noch einen Witz und noch sowas. Ähm, weil das kann auch, glaube ich, ein bisschen anstrengend werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich cool, wenn das so entsteht. Also es war dann auch bei Talakost ganz am Ende, dass die einfach nur noch Wortwitze gemacht haben, weil alle so im Flow waren. Äh, jetzt hab ich den Faden verloren. Was war die Frage? Ähm, was ist die erste Idee von deinem Abenteuer? Ja, aber das hast du beantwortet. Ja, und genau. Und dann, wie ich von der ersten Idee dann zum Abenteuer komme, ist dann meistens so ein Prozess. Also ich schreib mir dann ganz viele Notizen auf. Ähm, die sind erstmal komplett ungeordnet, auch ohne eine Hierarchie, was ich reinhaben will unbedingt. Sondern ich schreib die erstmal mit mir alle auf. Und dann kommt meistens als nächstes die Welt. Also ich mach eigentlich immer zuerst die Welt, in der das spielt, bevor ich das Abenteuer schreibe. Weil ich nämlich dann von der Welt mich auch gerne von den Spielenden so ein bisschen noch inspirieren lasse, wenn ich denen dann die Welt präsentiere. Also ich hab dann immer so ein, äh, so ein Einführungsdokument schreib ich dann, wo einfach nur so ist, hey, das ist die grundlegende Welt, das ist irgendwie wichtig in der Welt, das sind Eckpunkte, die man wissen sollte. Und dann schläge ich das den Spielenden und dann wissen die, ah, okay, das ist so grundlegend die Idee, was den Rahmen gibt. Und wenn die mir dann so Input geben für die Figuren, dann geh ich erst so richtig tief in die Story, um die zu entwickeln und schau, wie ich das abgleichen kann mit meinen, mit meinen Notizen, die ich mir gemacht habe. Also das heißt, ähm, letztendlich ist es nicht unüblich, dass, äh, also wir beide haben, glaube ich, beide Abenteuer ein paar Tage, bevor sie, äh, gespielt worden wären oder gespielt worden sind, zu Ende geschrieben, das ist bei dir also Usus? Ja, das ist komplett der Usus. Also normalerweise hab ich echt eine Woche vorher steht das Abenteuer fertig, im Sinne von, so könnte man es spielen. Und so drei Tage vorher ist alles ausgeschrieben. Kannst du sagen, dass du Deadlines brauchst, um zu arbeiten? Ja, das ist ganz, äh, ganz gut. Also ich mein, ich hab ja harte Deadlines, aber die sind halt, das Problem ist halt natürlich, wenn ich den Deadline, den Deadline-Drehtag einhalte, ist ein bisschen knapp. Aber bis jetzt ist ja eigentlich immer alles gut gegangen. Also an dir ist es ja noch nicht gescheitert, ne? Ja, naja, also außer bei Blue Death Night, was wir ja verschoben haben. Also das mussten wir verschieben, weil da hab ich dann doch zu sehr... Stimmt. Das hab ich deswegen so sehr vergessen, weil, äh, ich glaub, ich war saufroh, dass dieser Dreh verschoben wurde. Also so aus Nervositätsgründen und, ja. Ähm, ähm, du schreibst ja deine Abenteuer, nicht nur deine Abenteuer komplett selbst, sondern auch irgendwie immer, äh, große Teile, wenn nicht sogar das ganze Regelwerk, ähm, was ja eher unüblich ist. Ähm, also ich, ich kenn die Antwort auf die Frage schon. Ähm, wie kommt das? Vielleicht, beziehungsweise erzähl doch mal, wie du dein erstes Abenteuer geschrieben hast. So, ja. Also mein erstes Abenteuer, das ist, ähm, ein bisschen weird. Äh, ich habe vor, wann war das? Acht Jahren oder so das erste Tears gesehen von Rocket Beans TV und dachte so, Alter, was für ein geiles Hobby ist das denn? Einfach eine interaktive Geschichte erzählen und irgendwie würfeln. Das ist ja wie ein Videospiel, aber super offen. Sau geil, sau das geile Hobby. Noch nie vorher was von Pen & Paper gehört. Ähm, das will ich auch machen. Und, äh, Hauke, der da spiegeleitet hat und auch das Regelwerk geschrieben hat, ähm, hat das auch immer wieder gesagt, das ist ein selbstgeschriebenes Regelwerk. Und ich dachte so, ah, okay, so muss man das also machen, wenn man Pen & Paper spielt, muss man auch ein Abenteuer, äh, ein Regelwerk selber schreiben. Also habe ich mir das nochmal angeguckt und hab immer pausiert, wenn ich die Charakterbögen gesehen habe und hab das dann versucht abzugleichen und mir zu erschließen, wie das Regelwerk ist, wie sich verschiedene Werte errechnen und so. Also so unfassbar komplex, also mir unfassbar viel Arbeit gemacht. Anstatt einmal zu googeln, ähm, Regelwerk kostenlos oder sowas. Gibt's nämlich übrigens, wie zum Beispiel How to be a Hero. Ähm, ja. Ja, und das hat's dann aber irgendwie so übertragen. Danach hab ich ein Sci-Fi-Regelwerk geschrieben, äh, ein Sci-Fi-Abenteuer geschrieben und hab dann das Regelwerk, was ich davor auf Tiers aufgebaut habe, so leicht abgewandelt. Und dann war ich irgendwie so sehr drin, ein Regelwerk immer an das Abenteuer anzupassen, dass ich das dann meistens gemacht habe. Also auch bei Burnmouth, was ja das erste Abenteuer, was hier auf dem Kanal lief, ähm, das hab ich vorher auch einmal privat gespielt. Da hab ich zwar How to be a Hero genommen, aber das so leicht abgewandelt und noch so, äh, ich hab dann noch Geld hinzugefügt und, ähm, Glück, glaub ich, noch hinzugefügt. Und dadurch war das so ein bisschen trotzdem noch was Eigenes. Weil für mich, ich gerne immer das so mit einbaue in das Spielerlebnis. Mhm. Da ist ja wahrscheinlich die, die Crème de la Crème ist, äh, Hellbound, ne? Ja, Hellbound war auf jeden Fall das weirdeste Regelwerk, ähm, was ich bisher geschrieben habe. Was aber auch natürlich so ein bisschen die Idee war, so, hey, ich will ein Regelwerk schreiben, was genauso konfus ist wie die Bürokratie, in der sie sich aufhalten, oder was es zumindest sehr krass widerspiegelt. Ähm, waren auch viele Kommentare, kann ich auch total verstehen. Man blickt nicht so ganz bei dem Regelwerk durch. War aber auch so ein bisschen die Idee. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, ich glaub, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir am Tisch, da sind wir eigentlich ziemlich gut mit klargekommen. Ja, am Tisch ist da ja gut klargekommen, weil Cashier auch, Cashier hatte ja so super Angst, dass sie das gar nicht rafft, dass es komplett in die Hose geht und hat so in unserem Discord geschrieben, Scheiße, das wird gar nichts, ich raffe überhaupt nichts. Und hat dann irgendwie auf der Zugfahrt, ich glaub, das war auf der Zugfahrt nach Köln, hat sie dann bestimmt so eine Stunde mit mir geschrieben, im Channel. Da kam es zu den, das hab ich nämlich letztens mal so überflogen, hab ich dann gesehen, dass du so dazu, oder Sam dazukam und so meinte, oh fuck, Cashier stellt Fragen, da wollte ich mir noch gar keine Gedanken machen. Ähm, aber sie hat dann am besten das Regelwerk am Ende gerafft. Also sie hat's so richtig durchschaut. Und was mir dann auch im Nachhinein mal aufgefallen ist, die Stufen, also die Schwierigkeitsgrade, sind komplett arbiträr. Es ist nicht, es ist gar nicht wahrscheinlicher, die unteren zu bekommen, als die oberen zu bekommen. Es ist eigentlich sogar unwahrscheinlicher, den geringsten zu bekommen, als einen Pasch zu bekommen. Ich dachte, du rechnest immer vor deinen, vor den Abenteuern aus, mathematisch, ob dein Regelsystem jetzt gut ist oder nicht. Ja, das ist, das ist ja auch so die Sache, dass, ich hab ja auch keine, nicht so richtig die Möglichkeit, so alle meine Regelwerke noch Probe zu testen, also Probe zu spielen. Und dann ist es halt immer so geeiballt, wie gut die jetzt wirklich gebalanced sind. Das ist mal besser, mal schlechter. Und wo war das denn noch bei, ich hab dann bei Schönen auf die Archef nämlich dann auch gemerkt, dass das viel zu schwer war. Dass ich die Schwierigkeiten falsch quasi aufgeschrieben habe. Ich weiß nicht mehr genau, was die Schwellenwerte waren, aber ich hab halt so Schwellenwerte aufgeschrieben irgendwie, ab drei ist leicht, ab fünf ist mittel, ab sieben irgendwie sowas. Und hab dann so im Nachhinein gemerkt, das war viel zu schwer. So, das hat man krass gemerkt in dem Kampf, wo Lukas versucht hat, den zu hacken, den anderen Roboter. Und dreimal versucht hat, den zu hacken und es dreimal nicht geschafft hat. Die sind nur so gegenüberstanden und nichts gemacht haben. Lukas hatte irgendwie so auch alles auf Hacken. Genau, der hat halt auch alles auf Hacken. Der war halt richtig gut, der hat halt irgendwie so elf Würfel. Aber wenn ich halt die Schwierigkeit irgendwie sieben oder acht mache, dann ist es halt trotzdem super unwahrscheinlich. Das merkt man dann halt meistens immer so ein bisschen spät. Aber ja, chillen auf die Archive, wollte ich mal so fragen, wie es eigentlich dazu kam, dass du da mitgeschrieben hast. Du hast gefragt, ne? Ob ich mitschreiben will. Nee, ja, nee, genau. Ja, ich mache ja Redaktion bei uns in der Firma. Und genau, dann hast du mich ja wirklich einfach gefragt, ob ich da mal Bock drauf habe. Also ich glaube, oder? Ja, es war noch ein bisschen komplexer, als das bei NSW wahrscheinlich daran. Also es war ja an sich, du bist ja auch ein sehr großer Sci-Fi-Fan. Das stimmt. Ja, 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 genau. Das war eigentlich so der Grund. Ich habe halt erst mal so gefragt, hättest du prinzipiell Bock, mir zusammenzuschreiben, weil ich halt noch nie zu zweit an sowas geschrieben habe und wir ganz gut zusammen brainstormen können. Und dann dachte ich so, ey, dann ist halt Sci-Fi irgendwie geil. Und als ich dann, glaube ich, den Pitch gegeben habe, meinte ich so, ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Ja. Ja, nee, das war auch lustig. Das war auch witzig, dann das erste Mal zu sehen. Also ich, beziehungsweise muss ja sagen, ich habe ja nicht das erste Mal dann was für Platonic Pals irgendwie geschrieben, weil ich ja vorher bei den Intros irgendwie auch mit dran gearbeitet habe. Stimmt, Simon hat auch das Intro für Blue Jazz Night und auch für Burnmiss geschrieben, ne? So beide Intros, glaube ich. Stimmt, ja. Ja, also, ne, also auch haben wir irgendwie gemeint. Ja, klar, aber du hast schon, also den Text hast du geschrieben, das Konzept und Bild und so haben wir dann zusammen gemacht. Ja, genau. Ähm, ja, wo waren wir? Ach so, genau, und dann war das, war Children of the Archive das erste Abenteuer, wo ich dann mal gesehen habe, wie du Abenteuer schreibst. Und ich dachte so, holy shit, wie macht der, wie macht der aus dem hier so ein Abenteuer, wie er das so macht? Das war lustig. Genau. Wie viele Abenteuer hast du davor schon so geschrieben selber? Äh, ganz, gar keins. Ähm, ne, also es stimmt so halb. Also ich habe einmal gemeistert oder zweimal gemeistert, ich weiß es gerade nicht mehr. Ähm, ich habe da aber schon fertige Abenteuer gespielt und immer so leicht abgewandelt. Ähm, genau, so vollständig selbst geschrieben habe ich tatsächlich noch gar kein Abenteuer. Ähm, ja, genau, weil ich aber auch sehr gerne, äh, also ich habe irgendwie nicht immer so, nicht so schnell so eine Idee, so diesen einen Aufhänger. Äh, aber ich, ja, rede saugern mit dir über deine, deine erste Idee. Also das haben wir ja doch auch vor Children of the Archive sehr viel gemacht. Ähm. Naja, aber in anderen beiden hast du ja mitgespielt, deswegen haben wir da jetzt nicht so viel drüber geredet. Oder machst du mal über Children of the Archive, meinst du? Nee, generell, ähm, für deine nicht, äh, für nicht Platonic Pals Pen Paper Abenteuer, da haben wir ja immer sehr viel drüber gequatscht. Ja, ja, das stimmt. Genau. Deswegen, ich glaube, das war ja auch einer der Gründe, warum du dann gefragt hast, ob ich da mal mitschreiben will, um das mal auch irgendwie Realität werden zu machen. Und dieses Ganze darüber reden und brainstorm so ein bisschen zu vertiefen. Ja. Das ist ja auch so das, was du ja dann auch, zumindest mal gesagt hast, was du gerne machst, so einfach irgendwie gerne so vertiefen und so einen fertigen Text schon nochmal irgendwie so ausfallen und so. Ja. Ist irgendwie ganz geil. Aber das ist dann auch die Frage, so du bist jetzt hier Redakteur in unserer Agentur und wir schreiben halt irgendwelche Imagefilme und sowas, äh, was, ein bisschen was anderes als Pen & Paper. Äh, wie, wie, was würdest du sagen, wie ist so sonst dein Schreibprozess und wie unterscheidet er sich sonst auch vom Pen & Paper Schreiben? Ähm, ehrlich gesagt ist der witzigerweise der reine Prozess gar nicht so unterschiedlich, weil ich, ähm, bei mir auf der Arbeit kriege ich Themen, ein Thema vorgegeben, ein paar Stichpunkte oder ein ausgeschriebenes Briefing, was ich dann irgendwie, ja, in so ein, in so ein, ja, Format bringen muss. Auch das ist vorgegeben. Und genauso ist es bei dir auch, ne? Also bei den Intros, du hast mir dann deinen Einführungstext geschickt, fertig geschriebener Text und den hab ich dann irgendwie komprimiert, versucht irgendwie so die Essenz rauszunehmen. Ich mein jetzt aber eher tatsächlich den Unterschied zum Abenteuerschreiben, weil das, das Intro ist ja quasi wie die Filme auf der Arbeit. Aber auch da würde ich sagen, das ist gar nicht irgendwie, gar nicht so anders. Also natürlich, man muss, also man muss Dialoge schreiben, das ist ein bisschen anders, aber auch da prinzipiell hast, hast du eine große Idee und so ein paar kleine Ideen, die du auf jeden Fall einbringen willst und die muss man dann irgendwie ausgestalten und miteinander verbinden. Und ich fand das, also ich fand das vom Prozess gar nicht so weit weg. Es klingt, vielleicht klingt das bescheuert. Nee, ach, ich hätte es nur gedacht, weil es ja auch dieses so interaktiv ist und man ja auch, also anders als bei einem Film, den ich schreibe, wo ich einfach sagen kann, okay, das sagt die Stimme in dem Film und das soll zu sehen sein. Hast du diese, diese krasse Vorgabe halt nicht so sehr bei einem Abenteuer, weil du ... Das, das stimmt. Ich glaube, genau, das war auf jeden Fall die größte Hürde, ne? Dieses nicht-lineare, unvorhersehbare, was halt so ein Pen-Paper ja hat, das irgendwie mal zu Papier zu bringen. Ich würde ja auch sagen, dass das tatsächlich bei Children of the Archive auch nur nicht so gut funktioniert hat. Es war doch, also man böse Zungen würde sagen, gerailroaded. Ja, genau. Das war schon sehr vorgegeben. Eine theoretisch offene Welt, in der die Spielenden dann doch irgendwie nur das machen konnten, was wir im Sinne hatten. Aber ich würde sagen, das ist ja eh immer die große Schwierigkeit eines Dungeon Masters, eines Meisters. Ja, also vor allem würde ich sagen, ist da halt die Schwierigkeit, wenn du es vor der Kamera machst. Genau. Wir haben nur vier Folgen. Wir haben nur vier Folgen. Die sind alle eine Stunde bis maximal anderthalb. Bei Blue Jensen ist, glaube ich, die längste Folge 1,25 oder so. Und da dann zu wissen, okay, wir müssen in der Zeit irgendwie zu einem Ende kommen. Ja. Habe ich bei Hellbound ja dann auch zum Beispiel ganz anders gemacht, dass ich da das Ende total offengelassen habe. Aber an sich so dieses, okay, ich kann halt nicht die einfach alles machen lassen, was sie wollen, weil dafür sind halt vier Folgen einfach zu wenig. Mhm. Das haben wir dann bei Agent ein bisschen anders gemacht als noch bei Children of the Archive. Mhm. Und haben die Struktur, sind die quasi von vornherein anders angegangen, falls du das noch weißt. Ja, ja, genau, also wir haben, ja, genau, also da haben wir, ich glaube, also zum einen haben wir da ja auch sehr viel strukturierter gearbeitet, muss man ja auch sagen. Und genau, also wir haben irgendwie in Folgen gedacht und wir hatten halt so ein paar Plothooks. Mhm. Und auch da ist es insofern gerailroadet, als dass uns relativ klar ist, dass sie diese Plothooks irgendwie absolvieren werden. Also da haben wir irgendwie verschiedene Wege hingebaut, aber wir haben halt dann diesen Mittelteil irgendwie sehr viel offener gelassen. Also ich glaube, wir hatten zwischenzeitlich sogar die Idee, gewisse Sequenzen, also die Verfolgungsjagd und die Infiltration irgendwie modular aufzubauen. Ja, wir wollten eigentlich so quasi sagen, okay, die Verfolgungsjagd, es gibt A, B, also es gibt theoretisch diese Segmente und je nachdem, was die Spiele dann sagen, wo sie lang gehen, kommt dann entweder das oder das. Das haben wir jetzt doch ein bisschen linearer gemacht und dass er dann so macht, okay, ab dem Moment, wo sie sie halt bekommen, ist die Verfolgungsjagd vorbei so ungefähr. Genau, bei der Infiltration ist es ja immer, ist es ja noch so, dass wir da sehr viel haben, was man dann auch nicht, also dann wirklich sieht im Abenteuer, weil einfach, also die Spiele sich dann einfach aussuchen können, was sie erleben wollen. Was auch ihre Stärken sind, so ein bisschen, also wir haben so mehr nach dem Motto, okay, wir geben euch so ganz viel Futter und ihr entscheidet einfach, wie ihr da in dieses Gebäude reinkommt. Ja, das finde ich aber bei dem Abenteuer generell einen sehr schönen Ansatz, generell für ein Pen-Paper-Abenteuer zu sagen, ihr könnt irgendwie alles machen, Hauptsache es ist cool, es soll alles cool sein. Also das, wo man normalerweise in einem Abenteuer die Spielenden bremsen muss, ich glaube, das haben wir versucht, da mal so von vornherein einfach zu sagen, scheiß drauf, macht einfach. Also allein, ich hatte ja am Anfang so ein bisschen Angst, dass wir das nicht so richtig hinkriegen, bis du dann diesen einen Satz in diese Anfangsszenen geschrieben hast, wo ich dann so sage, die bekommen irgendwas und dann, du weißt genau, was zu tun ist. Und so, und wir haben auch schon besprochen, egal was die sagen, das ist richtig in dem Moment, weil es für die Einführungsszene sowieso egal ist, aber so da und da haben so ein bisschen drauf aufgebaut. Und das fand ich auch irgendwie sehr cool, so dieses, ey, ich habe den Spielen dann auch gesagt, ey, das Wichtigste ist, Rule of Cool, es soll einfach Bock machen, ihr sollt einfach richtig coole Spice sein und super krasse Sachen machen, wie man sie sich in einer geilen Filmsequenz vorstellen könnte. Ja, das finde ich, haben wir ganz cool umgesetzt. Ich weiß nicht, ob wir an dieser Stelle vielleicht mal auflösen sollen, dass wir das vorab aufzeichnen. Also wir zeichnen das auf, bevor Agents gedreht wird, aber wir haben schon fertig geschrieben. Genau. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass das auch gut funktioniert hat, aber ich gehe da einfach mal von aus. Ansonsten schneiden wir diesen Teil jetzt raus. Ja, ich wollte, dass ich noch auf eine Sache eingehen, auch wenn ich jetzt immer mehr rede. Hau rein. Nämlich habe ich das bei Hellbound eben erwähnt und diese unterschiedlichen Ansätze. Ein Grund, warum ich die Regelwerke nämlich auch noch schreibe, das ist jetzt so ein großer Punkt, der das alles so ein bisschen zusammennäht. Ein Grund, warum ich die Regelwerke auch selber schreibe, ist, ich will sie accessible machen. Also ich will, dass wenn Leute das Abenteuer sehen auf YouTube und denken, oh, das würde ich gerne nachspielen, dann können sie einfach in den Drive-Link, der dann in der Beschreibung ist, gehen und sich einfach das Regelwerk runterladen und dann haben sie das Regelwerk zur Verfügung. Dann können sie halt das Abenteuer, also kann man sie dann nachbauen oder ein eigenes schreiben, aber dass das Regelwerk nicht das Hindernis ist, weil ich so das Gefühl habe, dass so die großen, so Call of Cthulhu, Dungeons & Dragons, DSA, Pathfinder, das sind halt alles immer so Wälzer vom Regelwerk und das ist so einschüchternd, gerade für Leute, die nicht so richtig viel Erfahrung haben oder die es irgendwie mal ausprobieren wollen und dann will ich irgendwie zeigen, ey, und da schließe ich jetzt der Kreis zum Inhalt, ey, Pen & Paper kann super simpel sein, kann ein Regelwerk sein, was nur auf drei Seiten oder vielleicht vier Seiten ist, mit einem Charakterbogen, der auf nur einer Seite ist. Die in dir hat ja, glaube ich, normalerweise so mindestens vier Seiten deinen Charakterbogen, also tendenziell mehr, wenn du viele Zauber hast. Und dass das schon mal so die erste Einschüchterungshürde weg ist, so ey, das kann super simpel sein, es ist ein super simpeles Regelwerk, damit kann man dann keine großen weltumfassenden Abenteuer und Kampagnen erzählen, sondern halt nur diese kurzen Abenteuer. Und dann der andere Punkt, so der Inhalt, so ey, Pen & Paper kann alles sein. Worauf hast du Bock? Du willst Roboter spielen, du willst mehr Menschen spielen, du willst in der Hölle spielen oder du willst Geheimagentinnen spielen. Das geht alles. Das ist alles möglich mit dem Hobby Pen & Paper, um da so ein bisschen die, dieses Dings zu nehmen. Ich finde das, ich finde dieses Konzept total geil. Also ich glaube, also man muss sagen, du hast ja eine ganz schöne Bubble geschaffen. Also ich glaube, alle Leute in deinem Umkreis wissen, was Pen & Paper ist. Ich glaube, das ist allein schon unüblich. Ich glaube, die meisten davon haben es auch mittlerweile gespielt, dank dir. Aber ich glaube, viele Leute, die jetzt wahrscheinlich zugucken oder generell, haben halt irgendwie schon mal Kontakt mit sowas ähnlichen wie Pen & Paper gehabt. Vielleicht so in der Form von einem Krimi-Dinner oder so. Also das ist ja, Krimi-Dinner ist nichts anderes als ein Tischrollenspiel. Da wird nicht gewürfelt, okay. Es gibt keine Spielleitung, aber es ist halt, genau, es ist halt ein Tischrollenspiel. Das ist es. Also unabhängig, das ist ja auch so die Sache. Ich will vielleicht auch mal irgendwann eins machen, wo man gar nicht würfelt. Um das auch so zu zeigen. Ja, Agent zum Beispiel. Ja, gut. Nee, aber genau, ich finde den Ansatz, finde ich, total cool. Ja, weil, ne, also dieses Klischee wurde ja zum Glück aufgebrochen. Dieses Dungeons & Dragons Klischee, was, ähm, wie heißt diese Netflix-Serie? Ja, ja, diese eine, diese ganz kleine, mit den Kindern, mit diesen seltsamen Dingen, die da so sind, ne? Ich kenne nicht so viele Leute. So, ne? Fremde Dinge, die da irgendwie rumkommen. Ja, okay, danke, Stranger Things, genau. Also da wurde ja das Dungeons & Dragons Klischee irgendwie to the max irgendwie ausgelebt. Das sind halt Kinder im Keller, die ein sehr nerdiges Hobby ausleben. Was auch niemand rafft, der außerhalb davon ist. Genau. Was ist der Mindplayer? Ja, was ist, ja, ja. Die sprechen ja sogar diesen, diesen Satanismus-Wahn, äh, in der Serie an. Satanic Panic, ja. Die Satanic Panic, genau. Ähm, aber das ist, ja, pen and paper nicht unbedingt. Also ich muss, ich muss sagen, ich spiele jetzt, äh, seit einem Jahr meine erste Kampagne, meine erste Dungeons & Dragons Kampagne und die ist genau das. Und das ist unfassbar geil, wenn man da Bock drauf hat. Aber wie du sagst, es ist halt nicht zugänglich. Ja, genau. Also wirklich die Zeit, die das braucht, äh, ja, das ist dann halt schon ein Hobby, ähm, neben dem man nicht viele andere Hobbys noch irgendwie macht. Ja, beziehungsweise ist es ja auch gar nicht mal unbedingt so die Zeit, sondern es ist ja auch so dieses Abschrecken, weil man, du, du hast ja deinen Charakter, du bist ein Artifizer, ne? Mhm. Artifizer, Artifizer. Ich hab sogar ne Homebrew Subclass. Ja, also so ein Magieschmied. Wie heißt das? Ja, Magieschmied. Was ja auch echt eine sau anspruchsvolle Klasse ist, weil du halt super viele so Module haben kannst und du hast mir ja, glaub ich, irgendwie erzählt, wie viele Stunden du nur allein in die Charakterentwicklung gesteckt hast. Aber selbst das muss ja bei D&D gar nicht mal so sein. Du kannst ja bei D&D auch sagen, ey, die Spielleitung, gib euch die vor für einen One-Shot. Das ist ja auch recht üblich. Aber dann ist halt die Schwierigkeit, dass die Welt nicht so zugänglich ist. Also eine Mitbewohnerin von mir, die nichts mit Pen & Paper zu tun hatte, wo ich dann mal gefragt hab, ey, hast du mal Bock, Pen & Paper mit mir zu spielen? Meinte so, ja, weiß ich nicht. Mich hat schon mal ein Freund gefragt, dass ich mit ihm D&D spiele. Und da hat er mir dann irgendwie zehn Klassen und zehn Rassen gegeben und ich sollte mich für einen entscheiden. Dann hat er den Rest für mich gemacht. Aber das hat sie halt schon überfordert. Das kann ich halt total nachvollziehen. So, wenn du nicht im Fantasy-Universum oder so im Fantasy-Denken so drin bist, dann denkst du halt so, ah, Pen & Paper, D&D ist halt diese riesige Welt und es gibt Orks und Elfen und die sind auch irgendwie wichtig, wie die, was die können und so. Das kann halt echt schnell einschüchtern. Und das wollte ich so ein bisschen nehmen. Ja, absolut. Womit ich gar nicht übrigens sagen will, dass das schlecht ist, sondern einfach nicht so zugänglich. Genau, genau. Also, ich würde sogar im Gegenteil sagen, das macht Dungeons & Dragons so großartig. Also, wenn man halt Bock hat, sich so tief reinzufuchsen, dann ist das halt, ja, es ist fantastisch. Also, du, was man machen kann, man, also, es ist auch für jeden Spielertypen dann irgendwie was dabei, ne? Also, es gibt, ich würde sagen, es gibt so grob, oder es gibt ja oft die Leute, die Bock haben, Dungeons & Dragons zu spielen, um ihren Charakter irgendwie so zu minmaxen. Und dann gibt's die Leute, die das irgendwie so aus diesem Impro-Theater-Aspekt irgendwie mehr machen und dann irgendwas dazwischen. Und Dungeons & Dragons ist halt eine tolle Bühne für all diese Personen. Ja, genau. Also, und ich sag jetzt die ganze Zeit Dungeons & Dragons, weil das das einzige große ist, was ich spiele, gespielt habe. Ja, aber das ist ja an sich auch mehr oder weniger an der Fünftigen Stellvertretung für Pathfinder und DSA und was es noch so alles gibt. Genau, ja. Ja, genau, ich hatte mir mal so auch als Frage aufgeschrieben, du hast jetzt einen Teil davon schon beantwortet. Was war denn eigentlich so deine Idee für den Kanal irgendwie? Also, warum machst du das überhaupt? Ja, ich will Leuten zeigen, wie diverses Hobby ist. Ich will Leuten, Leute dazu motivieren, selber dieses Hobby auch dann auszuführen, in welcher Kapazität oder in welchem Setting oder Genre sie dann da Lust drauf haben. Und ich will halt, also ich meine, natürlich kann ich jetzt hier nicht so selbstlos das sagen, ich will natürlich auch coole Geschichten erzählen. Also, ich habe irgendwie coole Ideen und will die erzählen. Und es gibt halt Aspekte, die irgendwie geiler vor der Kamera funktionieren als im Privaten. Es gibt auch Dinge, die im Privaten besser funktionieren als vor der Kamera, keine Frage. Aber gerade so konstruierte Rätsel, wie jetzt zum Beispiel bei Burnmouth oder auch wie bei Hellbound mit dem Kreuzworträtsel, das ist halt so ein bisschen, ja nicht weird, aber ich habe immer das Gefühl, das ist so ein bisschen artifiziell, wenn man das im Privaten macht. So, ich gebe euch ein Rätsel und das löst ihr jetzt. Das ist halt mehr so ein Show-Aspekt. Aber ich habe das voll gerne. Ich habe das irgendwie gerne, wenn so sehr abwechslungsreiche Spielmechaniken, sage ich mal, mit drin sind. Habe ich natürlich jetzt nicht in jedem drin, aber sowas ist immer cool. Und dann das Nächste ist halt so diese Urgency beim Plot zu erschaffen. Also dadurch, dass man weiß, okay, wir haben nur vier Folgen. Man kann auch bestimmt mal eine fünfte aufnehmen, wenn die Crew und der Cast noch die Zeit hat. Aber an sich ist es ja so, wir sind schon zeitlich eingeschränkt. Und dadurch muss man auch so ein bisschen dringlicher handeln. Weil das habe ich auf jeden Fall schon in privaten Runden gemerkt, dass es sich manchmal so ein bisschen verläuft und man dann irgendwie so einer Spur folgt, die so zu gar nichts führt, weil man nicht so ganz drüber nachdenkt. Und das finde ich halt auch geil natürlich. Vor der Kamera, dass es so ist, ey, wir haben nur diese fünf, sechs Stunden. Macht was draus. Sorgt dafür, dass irgendwie die Geschichte zu Ende kommt. Also nicht, das klingt jetzt so, als wäre das so ein Befehl, aber wir alle sorgen dafür. Ich bin ja auch Teil davon. Upsala, Entschuldigung, Tamir. Das sage ich ja, genau, das meine ich nur so, wir alle zusammen irgendwie so eine teite Geschichte irgendwie basteln. Und es zwingt mich halt dazu, Abenteuer zu schreiben und die auch zu spielen. Weil das ist auch so das Ding, ich habe halt so drei Freundeskreise, die gerne Pen & Paper spielen, aber die sind halt auch so durch ganz Deutschland verteilt. Also wir sind jetzt hier gerade in Köln ansässig und die sind dann auch teilweise irgendwie im Pott oder teilweise irgendwie dann auch in Leipzig oder in Hamburg oder in Berlin. und dadurch hat man so ganz Deutschland, man findet nie so einen Termin, wo alle können. Alle sind berufstätig. Manche haben dann irgendwie noch Familienplanung und dadurch wird es immer schwieriger, Termine zu finden. Und dann auch so dazu zu drängen, sage ich mal. Also es gibt dann weder die Urgency für mich, was zu schreiben, noch für die Spielenden, dann zu sagen, ja, ich kann da auch. Ich will jetzt niemandem, also das klingt jetzt so, als würde ich die alle ankacken, dass die einfach keine Zeit haben, bis jetzt so dieses, ich meine, wir alle kennen das. Alle, die meistern, wissen, es ist sauschwer, Termine zu finden. Und dann gibt es halt nur die beiden Möglichkeiten, entweder einen regelmäßigen Termin zu haben, der dann irgendwie alle zwei Wochen, ich glaube, ihr spielt alle zwei Wochen oder so. P-mal drauf. Ja. Oder halt zu sagen, nee, es ist halt vor der Kamera. Das heißt, Absagen ist schon, es ist noch eine etwas größere Hürde beim Absagen und auch eine etwas größere Passion beim Zusagen. Also es ist nicht so dieses, ja, mal gucken, ob ich mitspiele, sondern nee, es ist ein Ja oder Nein. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn man Nein sagt, aber dann sagt man halt Nein. Ja, ich meine, darüber hinaus hilft wahrscheinlich auch die wirklich sehr hohe Gage, die du allen zahlst, die die vor der Kamera mitspielen. Ja, achso, das ist natürlich auch noch so eine Sache. Niemand bekommt von irgendwem Geld für irgendwas. Also wir können uns gerne auf Patreon unterstützen, dann ändert sich das vielleicht. Aber an sich ist es bisher geht es um Essen, Getränke und einen netten Witz, den ich dir noch erzähle. Ja, und, 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 warte, warte, das muss man ja zeigen. Ich durfte das T-Shirt übrigens nicht an, nicht, nicht anhaben wegen dem Hintergrund, aber es gibt natürlich auch geile T-Shirts hier. Noch nicht zu kaufen, also nicht zu viel, nicht zu viel verraten, aber vielleicht irgendwann in der Zukunft, wenn es sich lohnt. Ja, genau, das ist natürlich auch noch eine Art, euch Danke zu sagen. Ich wollte eigentlich fragen, was, mal so rückblickend aufs erste Jahr, was so deine High und was so deine Lowlights sind, dass die ganzen Abenteuer angeht. Ja, das kann ich tatsächlich ganz, ganz offen sagen. Es gibt ein Abenteuer, was ich mir nicht angucken kann wegen meiner eigenen Performance und das ist tatsächlich leider einfach Blue Jazz Night. Ich bin da so unzufrieden mit mir selber. Ich habe das Gefühl, ich bin nur am rumstottern oder am durchstottern mich durch dieses ganze Abenteuer. Ich habe das Gefühl, wenn man das guckt, dann hat man danach mehr Fragezeichen als davor. Ihr habt das alle super gemacht. Ihr habt ja auch viel zu wenig Briefing von mir bekommen. Ich habe euch ja nicht mal gesagt, dass es ein Krimi ist. Ich habe euch ja nur gesagt, überlegt euch einen Charakter, der in dieser Welt existieren könnte und ihr alle dann so, ja, ich würde dann so jemanden spielen. Und ich dachte so, ah, das sind alles coole Charaktere, aber ich hätte euch vielleicht sagen sollen, dass es ein Krimi wird. Das war auf jeden Fall ein großes Learning, was ich auch daraus genommen habe. Also ich habe nach Blue Jazz Night immer Briefings geschrieben, wo ich geschrieben habe, was ist so die Intention, wo will ich so ungefähr hin, was soll so das Feeling sein. Ich glaube, du hast die Session Zeroes auch danach eingeführt. Genau, ich habe dann auch die Session Zeroes eingeführt, haben nicht immer geklappt, sind nicht immer zustande gekommen, aber ich habe es auf jeden Fall danach immer versucht. Also genau, um das nochmal zu erklären, also Sessions, die man privat nochmal ohne Kameras beziehungsweise im Discord untereinander spielt. Ja, um so ein bisschen die Charaktere auszutesten und zu schauen, funktioniert das so. Genau, das habe ich irgendwie alles aus Blue Jazz Night gelernt, weil ich gemerkt habe, okay, das war irgendwie, da war meine Idee größer als die Möglichkeit, das umzusetzen. Und da war ich auch viel zu chaotisch in der Art, wie ich das geschrieben habe. Also ich meine, du hast ja schon gesagt, du hast gemerkt, wie weird und chaotisch ich schreibe, aber da, da ein bisschen Front, aber da habe ich dann irgendwie nochmal mehr gemerkt, dass das für einen komplexen Inhalt nicht geht. Also gerade so ein Hellbound, was auch relativ freigeschrieben ist, also da habe ich die ersten zwei Folgen so grob, sage ich mal, die ersten zwei Folgen ungefähr vorgeschrieben und danach habe ich so gesagt, okay, und danach können sie da oder da oder da hin und die vierte Folge war halt offen. Und das war so, ja, was die halt machen, machen sie. Und da kann ich auch mal kurz spoilern, also Spoiler für Hellbound, letzte Folge, wenn Sam die Kiste nimmt von dir und sagt, und ich nehme sie und schmeiße sie auf den Boden, das war irgendwie bei Minute zehn oder so von der vierten Folge. Und ich saß da so und dachte so, fuck, was machen wir denn dann, wenn wir das machen, dann ist die Folge einfach nach zehn Minuten vorbei. Und war sehr froh, dass du deine Probe geschafft hast, weil sonst wäre das ganz schön nach hinten losgegangen. Das ist dann halt der Nachteil, in Anführungsstrichen, wenn man es freier schreibt. Aber ich habe auf jeden Fall durch Blue Jasmine super viel gelernt. Low klingt also super fies, weil ich hatte schon echt viel Spaß mit euch und es waren auch echt coole Charaktere und irgendwie auch ein geiles Set. Das hat auch wirklich Bock gemacht. Aber auch so, also auch sowas hier, die Mona Lisa, die einfach komplett fucking random war. So, und das habe ich so im Nachhinein noch mal krasser gemerkt. So, ich habe die reingeschrieben, weil ich so in der Recherche zu dem Jahr, wann hat ich nochmal gespielt, 73? Nee. Äh, 63, stimmt, ja. 63. Ähm, in der Recherche habe ich so gemerkt, Alter, zu genau der Zeit gab's, war irgendwie das erste Mal wurde diese, diese Fake-Mona Lisa irgendwo entdeckt oder hat irgendjemand sich irgendwo hingeholt und das war so auch im Bereich von New York. Und im Jahr 1963 hing die echte Mona Lisa in New York. So, das war so, das war das letzte Mal, dass sie in den USA war. Und ich dachte so, das muss ich mit einbauen. Ohne mir so richtig zu überlegen, warum? Ähm. Also, es war ein geiler Twist. Ich will nicht sagen Plot-Twist. Ja, aber, ja. Es war halt so ein Red Herring-Slash-Twist, was nicht so ganz funktioniert, sag ich mal. Also, es war halt wirklich ein saucooler Moment im Pen Vapor. Also, man hat halt überhaupt nicht mit gerechnet und, ähm, es hat natürlich irgendwie alles chaotischer gemacht, aber, äh, es war halt cool. Also, irgendwie, es hat sich halt cool angefühlt. Und ehrlich gesagt, und deswegen macht Agent zu schreiben auch so Bock, also, es muss sich ja vor allem irgendwie cool anfühlen, ne? Also, denk ich mir. Ja, ja, genau, deswegen. Aber das ist ja auch so dieses mit der Intention. So, was soll die Intention sein, dass es sich cool anfühlt oder dass es sich wie ein Krimi anfühlt oder dass am Ende gelöst wird? Oder dass nur so dieses Slice of Life aus einem Musikclub da ist? Und das hab ich mir halt nicht so richtig vorher überlegt. Und ja, ich bin da auf jeden Fall am unzufriedensten mit mir selber. Ähm, Highlights schwer zu sagen. Also, es ist, ähm, ich mein, natürlich ist es ein Highlight, wie sehr hellbar und durch die Decke gegangen ist, nachdem das auf TikTok so viel, ähm, so viele Views bekommen hat. Das ist natürlich sehr schön zu sehen. Das freut mich sehr. Äh, wir sind Stand jetzt bei anderthalbtausend Views auf der ersten Folge, was ich mir vor einem Jahr niemals gedacht hätte, dass das passiert, so eine Viewzahl. Ähm, und das war natürlich auch sehr wild zu spielen, weil es so ein geiles, äh, Erlebnis war, aber, also, auch mehr Tayevi zu spielen war auch krass, weil ich da mal so zum ersten Mal so einen Plottwist so richtig reindrücken konnte und zu sagen konnte, haha, ich hab den Plottwist, mit dem niemand gerechnet hat. Spoiler an der Stelle. Ähm, ähm. Talakos war geil, weil wir uns da zum ersten Mal, weil ich da zum ersten Mal so eine Fantasy-Welt geschrieben habe und die wesentlich besser aufgegangen ist, als ich vorher Angst hatte. Ähm, ja, also Highlights gab's auf jeden Fall einige. Ähm, Lowlights sind auch so, immer so der Tag vor der Aufzeichnung, wo ich immer so eine kleine Panikattacke bekomme, dass das alles überhaupt nicht funktionieren wird. Der Tag vor der Aufzeichnung ist halt immer extrem lang, weil wir halt immer aufbauen, also wir können hier natürlich erst an einem Freitag, wir drehen immer samstags, für alle, die gerade zuhören, und wir bauen am Freitag auf. Und, äh, ich sag mal so, wir können erst aufbauen, wenn hier alle nicht mehr im Büro arbeiten, das heißt, es geht dann meistens so ein bisschen in die Nacht, dass wir aufbauen, dann bin ich aber da auch noch in Gedanken dabei, funktioniert das Abenteuer, das sind immer so die in Anführungsstrichen Lowlights. Hat sich aber auch gebessert mit der Zeit, muss ich sagen. Ja, doch, das sieht man auch, äh, finde ich, also, äh, wo du bei den ersten Abenteuern warst du wirklich kaum ansprechbar am nächsten, am Samstagmorgen, das war echt, äh, dass du dann noch meisterst, äh, oder meistern konntest, ja, ein krasser Film oder so. Ja, ich weiß auch nicht, kommen wir in irgendeinen Modus, in irgendeinen Moderationsmodus. Ja, stimmt, dass ich, dass ich ja noch gar nicht so gefragt hab, was, warum machst du denn eigentlich überhaupt mit hier? Also, du hast jetzt gefragt, was so meine Intention ist, den Kanal zu machen und diese Abenteuer zu schreiben, aber man könnte ja auch dich genauso gut fragen, warum du mitmachst, weil, was viele da draußen nicht wissen, er hat nicht nur, Sam, du hast ja nicht nur Channel of the Archive und Agent geschrieben und die Intros, sondern du hast auch noch hinter der Kamera ein bisschen andere Sachen gemacht, wie zum Beispiel? Ähm, ein bisschen, ein bisschen, was hab ich gemacht, wie nennt man das, Regie hinten? Ja, genau, du warst in der Regie, du warst, äh, also Regieassistent, aber auch Setrunner, du hast für uns gekocht, du hast mit uns aufgebaut, du hast mit uns abgebaut, also du hast ja wirklich sehr viel noch mit angepackt und hast, also nach Blue Jays Night hast du hier bestimmt noch eine Stunde mit abgeräumt, so, das ist ja schon Zeit, die du ja auch einfach mit reinsteckst. Ja, ähm, ja, weil ich, äh, wirklich glaube ich, also in allererster Linie, es klingt ein bisschen kitschig, aber ich find halt diese Vision von dem Kanal einfach saukool, ähm, und irgendwie so ein bisschen Teil davon zu sein, sich da ein bisschen reinzecken zu dürfen, äh, finde ich, ist auch schon ein Privileg. Ne, und es macht halt, nein, es ist halt wirklich... Danke, danke, dass ich für dich arbeiten darf, Nico, unbezahlt, das ist so schön. Nein, aber es ist halt, es ist, äh, ich weiß nicht, da spielt ganz viel mit rein, also es ist, das Schreiben macht Spaß, ähm, also das macht, das, ja, macht mir einfach Bock. Machst du ja auch schon auf der Arbeit Schreiben. Mach ich auch schon auf der Arbeit, ähm, ich hab einfach mein Hobby zum Beruf gemacht. Nein, aber was ich damit eher meinte, ist, du schreibst ja auch schon auf der Arbeit, dann macht dir trotzdem noch Spaß. Ja, also ich, du hast das ja auch schon gemerkt, also ich muss das schon dosieren, ich kann nicht immer schreiben, so manchmal, äh, sag ich dir, ich schreib das jetzt am Wochenende und dann geht's einfach nicht, weil mein, also mein Kopf das nicht will und das ist ja auch so ein bisschen, der Kopf muss da ja auch, also man kann sich manchmal nicht zwingen zu schreiben. Kritik zu sein geht nicht immer zu zwingen. Genau, genau, oder man merkt halt einfach krass beim, beim Endprodukt, dass man sich da gezwungen hat, ähm, genau, also das macht vor allem Spaß, auch diese, diese Intros zu schreiben, zu sehen, also, weil wir da auch ein bisschen freier einfach gestalten können, äh, dann zu sehen, was, was hat man da für eine Vision und, und dann, was kommt dann am Ende bei raus, das macht Bock. Ähm, spielen macht einfach nur Spaß, also so spielen mach ich ja auch privat, äh, warum dann nicht auch vor der Kamera, äh. Ja, gut, also, ich hab, da gibt's viele Leute, die Argumente hätten, warum sie nicht vor der Kamera spielen. Ja, aber, also, so wild ist es dann, ich mein, ich hab jetzt, ich hab ja auch gesagt, dass es schon irgendwie, dass ich Schiss hatte ein bisschen, aber, ähm, das legt sich halt auch sehr schnell. Und ich finde, das macht dann doch Bock, deine Abenteuer zu spielen, äh, also, du bist ein fantastischer Meister und das sind immer geile Rufs. Ach, Starpads. Ne, genau, ähm, ja, und hinter der Arbeit, ähm, hinter, hinter der Kamera, äh, die Arbeit, äh, ist auch irgendwie ein Stück weit, äh, ein bisschen Erfahrung sammeln, ähm, das ist ja etwas, ähm, was wir nicht beruflich tun und man kann, man lernt aber trotzdem irgendwie weitere Aspekte eigentlich des eigenen Berufs, also, auch das ist irgendwie so ein Teil davon, ähm, also, ja, hier die anderen Gewerke kann man irgendwie kennenlernen, also, äh, ja, das ist eine schöne Sache, ne, und es ist, ja, und wie gesagt, ich finde einfach, das ist ein cooles Projekt, äh, an dem man irgendwie teilhaben kann, ähm, ja, es ist, mir stellt sich die Frage gar nicht so richtig, wie du merkst. So, ähm, warst du mal deine High- und Lowlights? Ähm, ja, da habe ich jetzt nicht irgendwie im Vorhinein mir was überlegt. Ja, ich habe mir auch nichts im Vorhinein überlegt. Du hast mir die gleiche Frage. Aus dem Bauch raus. Ähm, vielleicht, oder vielleicht so, was waren deine Highlights und Lowlights, so, was deine Arbeit betrifft, jetzt mal unabhängig davon, also, du musst jetzt nicht sagen, das Abendhört mir am besten gefallen, sondern so, was hast du am liebsten gemacht oder wo hast du am, weißt du, wo schaust du am stolzesten drauf oder keine Ahnung was? Naja, also, ich, ich finde halt, ne, bei Children of the Archive, das war mir auf jeden Fall zu sehr gerailroadet, ähm, das, ähm, aber auch da, ne, haben wir irgendwie draus gelernt und auch ich draus gelernt, also, das, das hat mir nicht so gefallen, also, es sind wirklich na, Lowlights ist eher was mir einfach nicht so gut gefallen hat. Und ich finde, den Intro-Text von Blue Jazz Night, der, der ist, äh, den fühlt sich nicht so rund an, wie ich mir den irgendwie gedacht hab. Crazy. Ich hab das letztens nochmal geguckt und dachte so, alter, wie geil du das geschrieben hast. Ich war wirklich so, ich weiß überhaupt, also, das klingt jetzt, das ist jetzt sehr einschleimend, aber es war wirklich so, alter, wie geil ist dieser Text einfach, wie geil flowt dieser Text. Krass, aber das, ja, unterschiedliche Wahrnehmung. Ja, 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 also ich muss dann auf der anderen Seite sagen, dafür finde ich halt die, die, die visuelle Ebene so fucking geil. Ja. Ähm, und deswegen, also, das ist jetzt kein Highlight meiner Arbeit, ich finde, das Blue Jazz Night Set ist unfassbar geil. Ja. Äh, also ich da hier rein... Vielen Dank an Finn nochmal und vielen Dank auch an Philipp, der die, ähm, Instrumente zur Verfügung gestellt hat. Finn hat das Licht gemacht. Das Saxophon ist von Lisi. Das Saxophon ist von Lisi. Vielen Dank an Lisi für das Saxophon. Das ist ein Highlight, ähm, äh, ja, und, äh, äh, Hellbound war auch zu spielen, absolut, ja, fantastisch. Also, was Cash und Sam da, äh, abgerissen haben, holy shit, das war so lustig, da zu sitzen. Ähm, also, da, äh, so, ich war ganz happy mit meinem Spielen, äh, so, hatte irgendwie meine Momente, aber einfach den beiden da zuzugucken, das war so, ach, das war so ein Traum. Äh, die fucking Kultistin. Oh Gott. Äh, das hat, äh, das hat, ja, also, super Idee. Sam auch einfach brilliant in seiner Impro, äh, ja, ja, das war, das war echt cool. Das hat gut gemacht. Ja, das, äh, schön zu hören, ist natürlich auch ein, also, das ist natürlich auch ein sehr schönes Kompliment an die beiden und auch an alle anderen, die daran gearbeitet haben. Ja, äh. Das Intro zum Beispiel hat ja auch, äh, Basti mit dran gearbeitet, also vielen Dank an Basti an der Stelle. Ja, und, und, und da ganz kurz, also, äh, Lukas, auch mit dir hat's wahnsinnig was gemacht, weil du das hörst. Also, das, das, so ist das nicht gemeint, aber, äh, ja. Ja, klar, das ist ja immer die Schwierigkeit, wenn man ein Highlight aufhält, dann klingt es so, als wäre das andere nicht, nicht gut, aber ein Highlight sticht ja auch nur einfach raus durch die Positivität. Ich weiß nicht, ob es das Wort Positivität gibt, aber jetzt gibt's das. Ähm, 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 ja, und auf einer positiven Note würde ich dann auch sagen, enden wir vielleicht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die mit mir mal ein bisschen zu quatschen, so ein bisschen Einblicke zu geben, wie man das Ganze so schreibt, so, was hier so hinter den Kulissen passiert. Und, ähm, dann würde ich sagen, Simon, mach doch mal bitte eine Probe auf Abmoderation. Das ist eine Eins. Oh, das ist eine Eins. Ähm, ja. Tschüss. Tschüss.